Unterlassen sie den Totschuss! Unterlassen sie den Totschuss! Ich dachte schon, Papa war das, weil er dachte so, schlagen hab ich gehört, dann mach ich das direkt. Ich weiß nicht, wie das geht. Achso. Okay, Night Vision. Night Vision an. Hol Auto. So, ihr weißt ja, wo ihr langlaufen müsst, ihr lauft jetzt einfach eine Stunde voll einfach ein Wanderein. Ey, wo seid ihr? Ich bin da. Wo seid ihr? Achso. Hallo, das bin ich! Das bin ich nicht, das bin ich nicht! Bist du tot? Nee, irgendwo, irgendwo hat mich einer angeschossen. Oh, ich bin tot. Hä? Ach, da hin? Der hat durch den Stein geschossen! Der ist unsterblich! Na jetzt. Der hat mich durch den Stein hättet. Ja, okay, können wir direkt wieder von vorne anfangen, Alter. Was ist das denn? Hä? Der war unsterblich vor allem hinter dem Stein geschossen. Was war das denn? Was tun wir jetzt? Wir gucken mal noch ein bisschen, oder? Ja, okay. Wir ballern jetzt hier wild rum. Ein paar Punkte können wir ja holen. Ich dachte erst, Papa schießt mich an, weil ich dachte, die Schüsse kommen auf meinen Rücken drauf, weil ich erst keinen Schaden genommen habe, aber auf einmal bin ich halt tot. Ich bin noch nicht schießwütig. Nein! In einem Tankstellen-Video hat man das überhaupt nicht gesehen. Hast du für ein Tankstellen-Video? Naja, das kennst du noch nicht. Das kommt ja auch noch. Achso, ist das noch nicht? Nee. Das war ein Zivilist! Nein! Ach wirklich ein Zivilist? Mir war gar keiner, guck doch. Doch, das ist ein Zivilist gewesen. Aber ihr müsst euch zivilizieren. Das ist ein Zivilist gewesen. Ich gehe links, Eric. Ja, er macht das. Aber nicht ganz links. Hier geht's nach so'n Tunnel rein. Ja, ja, eben. Das sage ich ja nicht ganz links. Guck, das ist ein Zivilist. Aber kein richtiger. Das ist ein Halb-Soldat, Halb-Zivilist, also. Nee, das war einfach ein unbewaffneter Soldat. Ja, eben. Ich komme raus wieder. Aber den nimmt man eigentlich fest. Du gehst rechts lang, ich gehe hoch. Warte, warte. Was? Du bist nur so schnell. Ich? Ich komme jetzt zum nächsten Cam. Warte mal, left, right. Was ist denn left, right? Ah, heller. Wer ist schnell von uns beiden? Papa oder ich? Ja, ja, das ist, weil ich meine, wie Amos erballert wurde. A la Perks? Ach, das bist du. Ja, Perks. Ja, genau. Wir sind hier. Tot. Ich bin mit dem Team, glaube ich. Oh, er hat sich ergeben. Hands up, now. Er ist tot. Schade. Ich hab... Er hat sich ergeben nach dem Headshot. Er hatte seine Hände oben an uns. Da hab ich schon geschossen. Man, wir haben schon 300 Minuspunkte, nur weil wir zwei unbewaffnete Soldaten erschossen sind. Ach so, das bist du. Ich dachte, er hat da nur jemand ne Geisel, aber das war einfach. Hallo. Ne, ich will die abknallen. Alter, jetzt hast du mich auch weniger geguckt. Naja, sag ich doch. Hast du die Waffe eingesteckt? Ne. Ach, der hatte ja keine. Der war ja unbewaffnete. Sehe keiner. Ich kann ja auch noch zugucken. Ich hab ja... Ich hab ja auch euch gesagt, welche Tür ihr nehmen soll. Ja, stimmt. Die Handkameras haben wir. Aber das ist ne komischere Ansicht. Your Steps? Das sind meine. Ne. Das sind andere. Draußen. Ne, ne, war meine. Alles gut. Achso, Night Vision auch, Alter. What the fuck. Ich dachte grad war auch sehr lustig. Das ist über uns. Laufen die. Ja, das war doch mal ein Spaß. Oh mein Gott, zum Glück hab ich nicht geschossen, Alter. Warte, ich nehme fest. Ja, warte dann. Mach das. Das haben wir schon. Runter, Alter. Sonst... Da, nimm den auch fest. Jetzt haben wir wieder minus 50 Punkte bekommen. Warum? Achso, weil der verwundet war. Ich nehme den auch fest. Sehr schön. Ich muss kurz in den Raum gucken. Den Raum der Träumer. Der Raum der Träumer. Der hat nämlich einfach nicht vorhin reingeguckt. Raum der Träumer. Team Notifying Mork. Nimm mal auch dein Schild, damit du nicht auch down gehst, so wie ich gleich. Ich kann nämlich schon in Zukunft gucken. Man sieht aber nichts mit dem Schild. Hier war noch ein Raum, Alter. Okay, da sind zwei. Ja, in der Kamera siehst du nichts mit dem Schild. Warte, ich nehme den fest. Den da? Ja. Wahnsinnig. Ja, okay. Wir können es versuchen. Achso, das ist ja der Raum. Ja, der ist easy. Ja, das ist so eine kleine Hungerküche. Nimm ihn fest. Hungerküche ist das nicht. Ja, wir können auch hier unten... Ne, unten kleben ist jetzt schlecht am Anfang. Also zuerst kleben unten. Wo bist du hin? Ich habe den Fest hier rum. Komm wieder raus. Meine Waffe... Unterlassen sie den Totschuss. Unterlassen sie den Totschuss. Ich häng fest, Alter. Was ist denn mit dir? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Mann ist zu dumm, die Hände hochzugehen. Hä, die Hände hochzugehen, was? Die Wände hochzugehen, genau. Geht's dir gut? Äh, irgendwie nicht. Ja, nein, Erik. Das war kein Schaden. Ah, jetzt. Ich bin gesprungen, das Springen hilft auch. Granatensinger machen ja keinen Schaden. Die machen ja nur kurz behindert den Kopf. Ja. Eine gute Beschreibung von den Granaten. Ist so. Ja, geh du vor. Du hast noch ein Schütten. Ganzes. Meins ist halt kaputt. Drei Viertel. Wie immer ins Bad guckt, ey. Naja. Kann auch pinkeln, der Ochse. Na, wir machen jetzt die Gürtwinke weg. Ist egal, ob deiner draußen steht. Gürt sich den Tod. Die Junge hör auf, am Fenster zu gucken. Schnell durch hier alle. Ich hab Angst vor Fenstern, Mann. Ich hab da mit dem Schild rausgeguckt. Passiert auch nichts. Boah, Alter. Bist du verrückt? Ja, der guckt mal aufs Fenster raus. Guck mal, ob er... Ja, warte. Komm mal hier. Ah, steht keiner diesmal da. Stark. Boah. Ich geh da nicht. Lässt mich nicht mehr vor. Das doofe ist jetzt, wir müssen auf die andere Seite von dem Gebäude. Ah, das sollten wir hinbekommen. Ja, ich bin schneller als du, weil ich halt meine Heavy Armor schon verloren. Oh. Oh, was ist mit ihm, Alter? Warum wartet der hier? Der wollte uns ne Falle stellen. Ich wollte erst, dass er aufgibt, aber der hat... Den hatten wir vorhin schon festgenommen. Was? Nein. Achso, der. Ja. Er macht noch Spiränzchen hier. Er macht echt komische Bräuche, ne? Er hat's noch so... Okay, wir müssen jetzt ganz schnell rechts hier drüber an die Tür. Nee, nein. Was? Nein, die ist zugeschlossen. Warte, ich mach's auf. Ich mach's grad auf. Du musst mich beschützen, du hast ein Schild. Achso, hab ich grad nicht draußen. Wie? Du hast es nicht draußen. Auf dem Rücken gleich schon raus. Du sollst vorgehen mit dem Schild. Rein. Achso. Sag das doch gleich. Du gehst mal durch oder durch die Türen? Ja, wir gehen hier erstmal ganz nach hinten. Hinter dir geht's noch weiter. Ja. Du hast dich immer umtra... Ah! Er hat noch gar nichts gemacht, Erik. Ach, der hat nur eine Schrotwinde in der Hand. Klar. Gar nichts hat er gemacht. Ist doch für dich normal. Du hast doch auch einer. Nee, ich hab keinen Schrotwinde. Der Suspekt hat gespürt. Ich lege doch das Schild nicht weg. Warte, Nigga. Warte, Nigga. Ich hab dir wieder auf die Waffe geklotzt, dass das... Ach, mein Bein ist auch gebrochen. Ich kann die Türen gar nicht mehr aufkicken. Du sollst doch gar nicht hoch springen. Doch, springen kann ich noch. Was machst du denn? Ja, da müssen wir nicht weiter. Da geht's auch so. Können wir jetzt mal nach. Siehst du das eigentlich, Screiber, wenn ich nachgucke? Wegen Munition? Äh... Mach mal. Ja. Okay. Ja, wir müssen wieder raus. Und weiter rechts. Hm. Tue ich ja gleich rum, du weißt. Warum läuft denn da so ne gummische Musik auf Spotify? Der Haaland-Song. Du mit deinem Schild. Ich schick dich extra vor, weil du ein Schild hast, was nicht komplett im Arsch ist. Und du... Naja, wir müssen ganz nach rechts. Brauch kein Schild. Ja, okay. Ja, du meinst. Gehst du aber trotzdem vor, Mann. Junge, Alter, hab ich mich ja schon vor der Infektion vom Kühlschrank. Und schon tot? Ja. Wollte ne Pistole ziehen, der Hund. Ich meine auch du schon tot bist. Du hast das noch knapp. Mh. Ach so, ich kann ja bei Papa... Ich dachte, er greift mich an. Die übelst schwarz ist. O ist die Leiche? noch mehr wir machen jetzt das ist eine Taktik. Guck mal in die Richtung. Ist egal. Müsste tot sein, oder? Das ist doch eine Doorweight, oder? Hör auf zu kämpfen und mach die Tür hier zu. Wenn du tot bist, kann ich deine Doorweights nicht aufheben. Hallo! Mann, du solltest doch einfach nur die Tür hin. Was stirbst du denn nach vorne? Junge, weil hier einer war, Alter. Hättest du mich nicht dumm voll gequatscht, hätte ich ihn gehört. Ich hätte dich doch verteilt, dich von hinten. Du quatschst mich nur voll. Bis zum nächsten Mal.